Ich lerne Deutsch. Nummer 15.770 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Ich bin gerne in diesem Kaffee. Der Kaffee ist so lecker und die Tassen sind so groß. Ich bin gerne in diesem Kaffee. Der Kaffee ist so lecker und die Tassen sind so groß. Sei bescheiden und erkenne an, dass du Teil eines größeren Ganzen bist. Sei bescheiden und erkenne an, dass du Teil eines größeren Ganzen bist. Manuelle Arbeit kann anstrengend sein, erfordert aber oft Geschick. Manuelle Arbeit kann anstrengend sein, erfordert aber oft Geschick. Tätigkeiten, die von Hand erledigt werden, können körperlich anstrengend sein und erfordern häufig eine präzise Ausführung. Lasst uns jetzt gemeinsam diese große Pizza genießen. Lasst uns jetzt gemeinsam diese große Pizza genießen. Zuerst wollten meine Eltern nicht, dass ich Fußball spiele. Heute akzeptieren sie es. Meine kleine Schwester hat eine Sonnenbrille mit rotem Rand. Meine kleine Schwester hat eine Sonnenbrille mit rotem Rand. Meine kleine Schwester hat eine Sonnenbrille mit rotem Rand. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.